Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Im heutigen Video werde ich euch die vier Born-to-Race-Hell-Follower vorstellen. Das sind ganz einfach vier Mädels, die euch in Himmelsrand begleiten können. Ja, das Ganze lässt sich natürlich herunterladen auf der Seite von Skyrim Nexus. Hier sehen wir die BTRH-Followers. Der Private Squad ist das. Und ja, hier mal die vier Damen in Nahaufnahmen. Ich finde jetzt nicht alle so gelungen, aber ich finde zwei der vier Charaktere doch eigentlich recht gelungen. Und dann habe ich mir gedacht, ich packe das mal zusammen in einem Video herein. Und hier könnt ihr schon sehen, das ist ein Standalone. Das bedeutet, ihr braucht keine weiteren Dateien. Und ihr könnt das Ganze einfach hier herunterladen an einem Stück. Mittlerweile gibt es das Ganze aber auch vereinzelt. Und das sind hier die empfohlenen Mods. Die kann ich mal kurz für euch anklicken. Das sind aber alles Follower-Mods. Das bedeutet, die habe ich auch schon im Einzelnen vorgestellt. Hier AFT oder UFO-Mod. Und das sind einfach Mods, die bewirken, dass ihr mehr als eine Begleitung zeitgleich mitnehmen könnt. Solltet ihr meinen Videos aufmerksam folgen, sollte euch das nichts Neues sein. Ihr könnt sehen, das Ganze gibt es in der CBBE und in der UNP-Variante. Und wahlweise kann man die Mädels auch gleichzeitig herunterladen oder eben einzeln, wenn ihr nicht alle von den vier Hühnern dabei haben möchtet. Installation ist auch so einfach, wie man es sich vorstellen kann. Einfach nur den Download-Manager-Button. Und sobald das Ganze runtergeladen ist, einfach mit einem Klick aktivieren. Und dann könnt ihr die eben in eurer Himmelsrandwelt schon wiederfinden. So, ich gehe jetzt einmal in mein Skyrim rein. Für dieses Video benutze ich die 13 713 ENB. Und das ist die Unreal Cinematic oder Unreal Cinema ENB. Weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Und auffinden könnt ihr die Mädels in Falkenring. Das ist hier etwas unterhalb von Weißlauf. Und zwar hier im Dead Man's Drink. So, gehen wir einmal rein und da laufen die Hühner dann auch rum. Beziehungsweise sitzen rum und essen Brot. Und dann könnt ihr die ganz einfach anquatschen. Entschuldigung, hier zum Beispiel Ariel. Und die ganz einfach mitnehmen. Ich habe mir dann alle vier Mädels geschnappt. Bin nach draußen gegangen und wurde sofort von einem Drachen angegriffen. Und da kann man ganz schön sehen, dass es auch unterschiedliche Kampfstile. Inklusive Magier bei den Weibern hier gibt. Ja, mir war das aber dann ein bisschen zu actionreich für ein Video. Und darum sind wir mal auf eine Insel nach außerhalb geflohen und haben uns hier die Ariel einmal von nahen angeschaut. Wie ich finde, guter Charakter, gutes Gesicht, gute Frisur, passt hervorragend zu Skyrim. Der nächste Charakter hier, das ist Sonja. Gefällt mir nicht so gut. Ist ein Halbelfe. Ist mir vom Gesichtsausdruck irgendwie ein bisschen so stumpf geraten. Und ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Schlechtester Charakter aus dem Bund, finde ich, ist hier Thulia. Ist ein imperialer Krieger. Und die beste Charaktere ist hier meines Erachtens Ni-I. Ein halber Dunkelelf. Also er hat so leicht grau-braunen Törn. Aber trotzdem noch ein menschliches Gesicht. So ein bisschen abgefahrene Augen, Elfenohren und so. Wie ich finde, absolut genialer, absolut toller Charakter. Nochmal ein bisschen besser wirken die Mädels natürlich, wenn man den an Rüstungen anzieht. Ob das dann so skimpy sein muss, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Hier kann man zum Beispiel sehen, Ni-I hat zum Beispiel den Feuerzauber mit dabei. Kann Flammen und einen Sturm-Atonarch, so wie ich weiß, glaube ich, herbeirufen. Kann natürlich aber auch, wie man hier sehen kann, wunderbar tanzen. Ob ihr das dann macht, könnt ihr ganz einfach selber entscheiden. Aber wie gesagt, finde ich ein wirklich hübscher Charakter. Also Ariel und Ne-I könnte ich mir wirklich auch so in meiner Follower-Sammlung ganz gut vorstellen. Die anderen beiden haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Auch wenn die teilweise auch halt einfach ganz einfach zaubern können. Sonja hat so einen Blitz-Zauber dabei. Die kann, glaube ich, auch einen Atonarch herbeizaubern. Aber so vom Kampfstil her finde ich die beiden hier relativ cool. Und ich glaube, die könnten wir auch mal in den nächsten Videos wieder treffen. So, wenn euch das inspiriert haben sollte, einen dieser Charaktere runterzuladen, dann findet ihr den Link zu Skyrim Nexus ganz einfach in der Videobeschreibung. Ich sage an dieser Stelle schon wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein! Bis zum nächsten Mal und haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.